No luck, ja. Ja, no luck, leck mich. Oh, was? Ich bin auf dich und du... Und er hat auch gefakt. Gefakt, mhm. Ich glaube, das war eher no luck. Ja, no luck. Ja. Ich schieße ihn an. Oh, Mann. Ich habe die ramsig. Ich rame ihn weg. Oh Gott, ja. Nein, da bin ich auch drauf und das war nix. Das ist no luck. No luck. Ja. Ich wusste nicht, dass du da auch noch mal... Ja, ich habe gesehen, du bist nicht gefahren und bin ich schnell umgedreht. Ich bin gefahren. Ja, aber ich... Jetzt später. Äh. Alter. Nicht gut, der andere ist schon da. Ja, ich weiß. Schlecht. Ich habe ihn. Okay, top. Einmal antippen. Da. Wie machst du den? Oh, da wollen wir schnell hin. Oh. Hier, nur gequetscht. Richtung Mitte. Da, nochmal. Mach ihn. Oh. Nee, kann ich nicht. Oh. Power Schlumpf ist da. Mann, nur Meter. Alter, ich trete hier auch die ganze Zeit gegen Speed Crow, ne? Haha. Gepresst. Man hat ihn weggerammt. Mhm. Aber der andere steht ja mal wie eine Eins. Und schießt. Ja. Ich gehe hin. Bleib vorm Tor. Ja, okay. Alter, ich habe den nicht im Tor gesehen. Das sollte eine Vorlage werden. Okay. Ich habe ihn. Ich gehe in den Pfosten. Direkt wieder so Gegner, wo du spitzst. Mitte. Oh, nee. Was? Er hat den noch mit weiterverlässert. Oh, nee. Was? Ja, er oder er auch. Ja. Oh, der steht schlecht. Der ist drin. Oh, was? Der ist drin. Der ist drin. Was? Ich habe ihn weggerannt. Mach ihn. Wie? Mann, nur Meter. Immer bin ich da gerade. Und so weh. Ich habe ihn noch. Oh, Gott, Gott, Gott. Gott, den. Gut. Oh. Der war mies gut. Oh. Hier, mach. Das ist nicht so freundlich heute. Ich habe keinen Wurst. 10 Euro. Scheiße. Ich gehe ich diesmal von dir. Ja, finde ich richtig. Soll ich? Jetzt. Nee. Okay. Da doch nicht. Geh rein. Ist drin. Endlich. Schönes Ding, Toni. Ja, danke. Aber ich habe das vorher nicht gecheckt, dass der schon wieder am Tor war und ich habe einfach nur versucht, schnell rüber zu spielen. Aha. Und ich habe ihn direkt vor die Füße geholt, ne? Das war kacke. Vor die Füße. Wo sind denn die Füße so beim Auto? Unter den Rädern. Ach so. Ich habe dich auf Zweifel schon seit ein paar Jahren gesucht, aber ich habe ihn. Hast du, hast du, hast du, hast du. Mach selber. Oh, nochmal hier, denkst du das, für dich. Oh. Alter. Ah, nix. Vielleicht kann... Oh. Nein, der andere fliegt schon. Ich höre es. Du hast ihn reingemacht, der wäre vielleicht... Weiß ich nicht. Meinst du, der wäre noch daneben gegangen? Könnte, ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, knappes Ding. Egal. Toll. Nur weil ich da eine Ecke weggerannt wurde. Bin vom Tor, bin vom Tor, bin vom Tor, bin vom Tor, bin vom Tor. Scheiße, genau auf dem Tor war der, ey. Oh. 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 Alter, es war alles unglaublich. Geil. Bin es lustig. Oh. 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 Ja, dreimal. Den hättest du wohl noch ihm kriegen können. Brits Polto. Du spielst hier schließlich mit einem Dia-Spieler zusammen. Ja. schönes ding das klingt nicht mehr musst du da geht ja schön tüte tüten und lopfen knappste ecke in die knappste ecke in die knappeste ecke oder in die knappste ecke das war eine frage erst im trinken ich habe mich gestimmt in die knappste ecke die ecke die so knapp ist weißt du von den knappen von dem knappen die kommt da kommt wieder vor die deine seite einmal rüber schade und umgefallen kann man dann richtig schlau das kann ich dir nicht beantworten zu der zeit zu dem zeitpunkt noch nicht denken und jetzt weiter manometer der kommt gut für dich kommt zu ihm auch da erinnert verfehlt von ihm auch schnell ein kämpft vom tor das war ja alles geplant war ja da ist der alte 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 mache ich da am verkackten in so einer situation hier unglaublich gibt es gar nicht also wenn ich so weiterspiele dann holen wir das ding nicht mehr außer tony liegt noch eine schippe drauf eine schippe eine schippe weißt du was eine schippe ist? ja eine schaufel aber dann spiele ich ihn an ja macht nichts schön geblockt ja weg von unserer hälfte erstmal ich fahr diesmal nicht mit ich bleib im tor stehen er lässt den aufprallen auf sich wie er gerade landet und er geht natürlich zur seite aufprallen und mittel ich kann nicht mehr dran habe ihn auch mach ihn ich hänge im tor tony nicht im tor hängen der eine hat keinen boost im tor scheiße der ist gefährlich schön ich hab übelste lags grad wieder nicht geil wollen wir mal in so einer situation du ich lass ich hab den anderen nicht gesehen alles gut das war alles gut das war alles gut Mann fliegt doch gegen Latte oh ich werd fast durchgegeben ich hab ihn alles schlecht ich hab ihn sorry da war ich schon am sprung klasse der ist vor mir ja ich komm zurück ich geh drauf ich geh drauf ich fliege hier nur die boost von den anderen gehört den sound den motorsound ich dachte wir mich zerstören mhm 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 oh schön gemacht Ja, ziemlich, ne? Wie viel Nachspielzeit hatten wir? Drei Minuten oder so? Zwei. Neun Minuten ging das Spiel ungefähr. Krass. Krass, krass. Cross. Kosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Chris, 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 Chris und Cross. Chris, Cross. Chris, Cross. So ging Quarry und DVN, Lampay. Bin da, Mama. Ja. Mach' ich nur mal. Ich wollte gerade zu Gast gehen. Oh Gott, er macht hier zum Mittel. Und er macht hier nicht rein. Habt ihr mich doof gekrampt? Schönes Ding. Er ist auch drin. Oh, so muss das. Schöner Pass. So muss das. Schön gepasst. Okay, Passa. Okay, Passa. Gut, dass wir den Bombs nicht mal spielen. Ne, wir haben viel besseres. Und wir spielen. Ich habe es noch mal, der Fall ist. Wie werden wir ja noch ein paar Freunde? Schaut mal, bei Countdown-To-Serales. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. toni die scheiße und er will der mitte spielen und auch nicht schön einmal bande nur gerade aus bande wollte dass du den gerade gegen die bande spielt dass er gerade zurückkommen weiß ja okay aber so wäre eigentlich viel ja da habe ich nicht mit gerechnet okay war drin hätte ich recht schon getroffen so wie gerade getreten wäre die richtig im arsch gewesen hoffentlich kassieren die dafür mies scheiße weiter ich brauche top speed wie kann er mich da einholen und zerstören der passer einmal da links auch schön ja das kommt davon hier dumm hast du eigentlich auch wieder mich auch noch zerstört aber mir war es egal jetzt wenn er drin ist ist cool ich habe es gar nicht wenn jetzt voll fecker ich glaube dass habe ich mal habe ich das war der geilste kampf die man hätte führen können jemals 100 schuss oder 200 kugeln ging ja hin und her also das war der hammer und die waren die mussten die waren auch noch mehr spieler ja und dann haben unser schiff vorher schon angeschossen das war ja schon halb durchlöchert noch schöner und wir haben es trotzdem noch gestartet also das schiff war fast voll mit wasser und wir haben uns da alles gerettet und die noch folgen die waren die ganze zeit reparieren reparieren wir die am verfolgen am beballern und alles ja ich war nur am erstmöcher losgefahren dann habe ich die löcher gestoppt das wasser abgeschmissen und dann warst du ja wieder da und dann alter dann dann ging das rund krass richtig rund aber sowas von